So meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem Wideband von Mario Odyssey. Wir machen jetzt hier weiter und machen diesen Dungeon hier. Oh Gott. Hä, wie soll denn das funktionieren? Achso, ich weiß schon wie. Ah, hier ist der Schlüssel. Servus. Hier habe ich halt keinen Hut. Gut. Okay, ähm, ich müsste ja auch noch so einen Bomber hier. Boah, ist das asozial. Ahem. Na gut, also ich muss so einen Bomber loskriegen und auf jeden Fall ist das der letzte Dungeon überhaupt. Es gibt da nur noch Hinweiskunstmonde, mehr nicht. Damit ihr Bescheid wisst. Mehr gibt es nicht. Warte, dann müssen wir nicht mit dem unteren Mond da durch. Dann müssen wir auch. Okay, ich, ich, okay, ich kann scheinbar hier mich festhalten. Ich muss mich nicht mal festhalten. Okay. Wir können so weit hüpfen. Ich wollte es nur mal probieren, ob wir damit hüpfen können. Auf jeden Fall echt nicht leicht. Das ist auf jeden Fall nicht leicht, meine Damen und Herren. Aber es dürfte jetzt auch nicht so schwer sein, da hinzukommen. Also das, diesen Mond müssen wir kriegen und dann noch einen Secret-Mode. Und wir wissen ja, wo das Secret-Mode ist. Der befindet sich ja hier. Ich muss mit diesem Ding hier mitfliegen. Ich muss damit mit. Kommst du? Ich glaube, der kommt. Ich sehe nichts. Fuck. Ich sehe halt nichts. Tut mir leid. Die Kamera ist halt doch ein bisschen scheiße, ne? Unten. Ja, ich weiß, dass dieser Mond jetzt hier auftaucht. Wir müssen... Mann! Wir müssen aber mit diesen Dingen durch. Ja! Wie soll denn das funktionieren, wenn du mit der Kamera nichts siehst? Ist doch scheiße, Alter. Kack, Kamera. Funktioniere, bitte. Funktioniere, please. Kamera. Das wäre sehr nett. So, du kommst jetzt. Zack. Dann mach mal das Easy hier. Zack. Kumpelstraße, jetzt wird's ernst. Oh yeah. Jetzt kriegst du erst mal auf die Schnauze. Bläup. Blub. Zack. Beinung auf der Rumpelstraße. So, jetzt haben wir nur noch Hinweiskünste zu sammeln. Also, Dungeons gibt's nie wieder, meine Damen und Herren. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Also, es gibt keine großartig weiteren Monde mehr hier. Jetzt sind, jetzt ist es nur noch, ja, es ist nur noch Hinweiskunst, ne? Zehn Monde noch. Es sind 878 Monde, die man nur durch, äh, also es gibt, ne, es gibt mehr. Es sind 880 Monde, die es ja normalerweise legit gibt. 119 musst du kaufen. Und die müssen wir ja auch noch machen, ne? Die gekauften. Wir haben wirklich null Münzen? Okay. Gut. Erstmal, wo könnte unser Ziel erstmal hingehen? Welche Rätsel kann ich denn erstmal lösen? Na gut, also Kaskadenland können wir schon mal machen. Ab ins Kaskadenland. Also, wenn ich mich nicht täusche, war das... Wo war denn das? Ich glaub, das ist oben, ne? Oder ist das hier? Wir müssen genau den Hintergrund erforschen. Nein, das ist oben. Wuh-ho. Ich bin ja, 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 ich bin ja. Also es könnte sich auch hier oben irgendwo befinden, vielleicht ist es ja auch hier. Ok, der Backward ist das schon mal nicht, der auch nicht. Das könnte der hier sein, oder? Nee. Hä? Wo soll denn das bitte sein? Okay. 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 Boah ey. Hey Tier. Nee. Niemals. Und so müssen wir uns mal wirklich genauer umgucken. Also es kann auf jeden Fall bei jeder solche Klippe sein. Na! Das hätte er jetzt echt nicht sein müssen. Also es muss ja irgendwo im scheinenden sein, auf jeden Fall. Also da wo es scheint und wo man einen perfekten Ausblick hat, auf ihr wisst schon was. Boah, ich hab jetzt, ich hab ja jetzt schon Schwierigkeiten. Weil das einfach nur asozial ist, weil ich keine Ahnung hab, wo das sein soll, Alter. Hä? Wo soll denn das sein? Was fickt du nochmal? Toll! Ah, warte mal. Das hat ne Erhöhung. Das hat ne Erhöhung. Das hat ne Erhöhung. Okay. Hier ist es schon mal nicht. Das kann halt trotzdem überall sein, meine Damen und Herren. Deswegen Augen auf. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, das ist das hier. Das Ding ist, wir können jetzt wieder hier Ewigkeiten suchen und finden es vielleicht auch nicht danach. Ja, vielleicht. Nee, ne? Nee, ne? Es muss irgendeine Grenze sein, auf jeden Fall. Und so sieht der Hintergrund aus. Ich glaube, das ist das hier. 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 Das hier. Das ist das hier. Das ist das hier. Ich glaube, das ist das hier. Das ist das hier. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, das ist das hier. 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 Das hier.